Eins, zwei, drei, hey! Spielspaß mit den Welpenfreunden. Spielspaß mit den Welpenfreunden. Ich bin Bingo. Ich bin Rolli. Und was jeder mag. Ist spielen im Garten, im Hundehaus und das jeden Tag. Spielspaß mit den Welpenfreunden. Das Spielhaus. Oh, wow! Ich wünschte, wir könnten sofort damit spielen. Das wird ganz welpenhaft. Toll. Echt blöd, dass Bob das vor seiner Arbeit nicht mehr aufbauen konnte. Der Platz da auf dem Dach ist perfekt für ein Nickerchen. Wenn wir heute nicht damit spielen können, müssen wir uns was anderes ausdenken. Lass es uns doch selbst aufbauen. Das könnte richtig lustig werden. Tolle Idee. Aha. Diese Anleitung hier zeigt uns ganz genau, wie wir das Spielhaus aufbauen. Oh nein! Warte! Komm zurück! Super! Oh nein! Das wird jetzt wohl eine Weile dauern. Der heißt es geduldig sein. Warte. Wir können doch das Bild auf dem Karton als Vorlage benutzen. Großartige Idee. Hier. Soll ich das zusammenbauen? Ist ganz leicht. Das ist einfach nur wow. Superschön, wirklich. Auf hat alles zusammengebaut und sogar noch Teile übrig gelassen. Das sind die Schrauben. Die halten alles zusammen. Man. Ups. Auf muss aufgeladen werden. Dann bis später. Entschuldigt das mit den Schrauben. Was machen wir denn jetzt nur, Rolli? Rolli? Ich bin das lustige Kartonmonster. Komm schon, Rolli. Wir müssen doch das. Wer ist Rolli? Hier gibt es nur das lustige Kartonmonster. Das macht echt Spaß, Bingo. In Ordnung. Wenn du das lustige Kartonmonster bist, dann bin ich der, der das lustige Kartonmonster einfängt. Ich krieg dich. Das Raumschiff ist zum Start bereit. Bist du auch bereit? Dann los. Ab in die Lüfte. Endlich konnte ich sie einfangen. Arf ist aufgeladen und bereit, das Spielhaus aufzubauen. Eigentlich kann das Spielhaus noch warten. Ein Karton reicht völlig zum Spielen. Captain Rolli an Commander Hissi und Mr. Arf. Wir starten ins Weltall. Und nicht ohne euch. Mr. Arf meldet sich hiermit zum Dienst. Und ich hätte nichts gegen ein Nickerchen auf dem Mond. Dann auf zum Mond. Ab in die Lüfte. Wie heißt es? Volle Kraft voraus. Tippt oder klickt hier für weitere Videos und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior.